Hey, wir kommen jetzt zum vierten Teil. Ja, ich hab ihn zur Bibliothek geschafft. Da weiter viele Leute sind, hab ich gesehen. Und das sind viele Leute, als ich hingegangen bin. Ja, er soll als Leute kennenlernen. Und da werde ich gucken, ob vielleicht die richtige Frau für ihn dabei ist. Soll er Bekanntschaften machen. Und ja, ihm liebe. Und hier ist die Frau, die malt irgendwas. Die ist von der Arbeit gekommen. Dann hat er noch was getrunken zu Hause. So, jetzt geht es weiter. Hier hat er mal ein Mädchen, das Bild. Hier hat er das so ein Haus. Und hier hat er ein Holz, eben was gepflatzt. Das war jetzt fertig. Hey, nicht wegwerfen. Ich geh mal wieder zu ihm. Warte mal. Über. Mit dem Finger schieben. Danach. Schiebe, super. Schiebe, super. Okay, kann man wohl noch nicht romantisch machen, aber okay. Plaudern. Na ja, okay, die ist geht jetzt schlafen, die ist so müde. Wie das aussieht. Das ist mein Leben, laden muss. Auch wie weil Autos müssen. So. Er begrüßt jetzt den. Und ich glaube, diese Frau ist gut für ihn. Ja. Wenn wir mal sehen, ob das klappt. Ähm, über Vegetarier muss kratulieren. Oh, jetzt sind wir Vegetarier, aha. Über Familien reden, da kann man vielleicht erfahren, was sie so für eine Familie haft hat. Okay. Schleunig, ne? Ja, okay. Blossett Lied okay ich hab sie jetzt nach Hause eingeladen ja hier ist sie sie kann sie auch noch kennen das so viel pass auf wegen dem ich muss erst mal ja ich muss erstmal das gucken dass es besser wird okay das ist ja jetzt wieder mal ähäähä feuer okay das ist ein feuer ausgefahren oh oh mach doch mal die klappe gleich noch dann wirst du sie oh oh okay das ist doch oh 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 nein und noch über dieses Teil los licht das kann ich noch benutzen so viel das war bei mir auch mal so bei meiner alten Familie war es so ich hatte bei mir hat es gebrannt und die Feuerwehr kam zwar aber hat nichts gemacht ne ja das ist wieder mal typisch das ist wieder mal typisch für Sims okay jetzt ist es wieder naja feuer das soll ersetzen und jetzt sollen sie mal essen wieso zum zweiten mal ein pranz das solltet das solltet das solltet das solltet too das solltet